Keks? Keks? So, hab ich alle 3 Eier schon. Äh... Lippenstift? Oder geh ich mal hier... Nee. Nee. Oh. Da ist aber nochmal Augenweh. Was ist der Keks? Lippenstift. Lippenstift. Hamburger Helper. Was ist ein Lippenstift? Nee. Äh... Lippenstift? Was braucht man noch? Brauchen wir Zucker? Nee. Lippenstift, eine 3. Und ein Honigbär. Ein Honigbär. Ja, dann such doch mal den Honigbär. Da. Naja... Oder der. Ach, also ich hab ne Biene, aber kein Honigbär. Ne Wärmflasche brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal. Mhm. Brauchen wir von hier oben was? Einen Buben. Ja, ne Lupe. Ah, einen Schraubenzieher brauchen wir noch. Einen Schlüssel und einen Seestern. Eine Postkarte. Schlüssel hat der Hund im Maul? Ja. Hier ist die Wärmflasche. Stimmt. Einen Kranz brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Der ist bestimmt gut versteckt. Hier ist der Lippenstift. Stimmt. Und darunter ist der Kranz. Stimmt. Dann brauchen wir nur die Zahl 3. Den Honigbären. Drei Honigbärenkerzen. Wollen wir einen Gürtel? Nö. Postkarte, Schraubenzieher. Da ist das Demometer. Da ist der Schraubendreher. Ach, ist schön. Toll. Äh. Die Postkarte. Ist hier? Ist das eine Postkarte? Ja. Ich hab grad angeklickt. Ach ne, das hat ja angeklickt. Mist. Das Seaster. 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 Ähm. Der taucht schon noch auf. Ähm. Dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Die 3. Den Honigbär. Da ist der Seestern. Ne, ich weiß nicht, ob das... Das ist ein Schneemann. Ja, aber auch... Aber ein Honigbär. Boah, das ist... Das ist ein Bär, der wird mit einem Honigkrug wie Winnie Po rumlaufen. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, was ein Honigbär... Eine Kerzebrum auf jeden Fall noch. Honigbär und Kerze. Und dann haben wir alles. Kerze? Ne, das ist hier. Das ist, äh... Eine Pfeffermühle, ja. Kann man auch anzünden, aber wird nicht so gut brennen. Na, komm drauf an, wenn sie aus Holz ist, brennt sie ein bisschen. Da ist die Kerze. Da ist die Kerze. Da ist die Honigbär noch. Find den Honigbär. Da ist er. So, dann hätten wir den Honigbären. Ja, die Honigflasche kann man auch sagen. Als Bärenform, super. Ja. Dann wollen wir eine Waffel. Mankala, was ist denn denn? Mankala-Brett das hier, wa? Ja. Ein Soft-Eis ist auch hier irgendwo versteckt. Und Afrika müssen wir finden. Das war ja nicht schwer. Ach, den Globus habe ich doch nicht gesehen. Ah, jetzt ist auch wieder verschwunden. Ja, das ist jetzt neu. Okay. Ähm, die Waffel. Ähm, die Waffel. Einen Wein brauchen wir auch noch. Was der alles braucht. Diese ganze Liste. Einen Farbkasten. Einen Farbkasten. Einen Farbkasten? Das ist vielleicht der hier. Das Grammophon. Das, ähm, kann ja auch nicht so schwer sein. Teleskop. Das hier vielleicht? Ne, das war der Fingerhut. Ne, das war der Fingerhut. Teleskop brauchen wir. Grammophon ist hier. Mhm. Gitarre wird man hier brauchen, oder? Wissen wir nicht, ne. Äh. Wie denn hier? Ach, der Trottel war doch das Ding hier. Ja, und das war der Welpe. Oh, wo ist das? Ach, falsch. Und wir haben vorhin überlegt, was das sein soll. Ne, das haben wir schon gesagt, dass es süß ist, oder? Ne. Ah, nein. Ne, haben wir auch nicht. So. Ähm. Ein Schwein. Teleskop. Schwein. Da ist die Schuhe, oder? Da ist das Schwein. Ein Humpen. Taube. Der Humpen und die Taube, die fehlen noch. Das ist nischt. Das war grad so aus, wie irgendwas fliegen ist. Hier ist die Taube. Dann brauchen wir dann Humpen. Ist das ein Humpen? Ja. Ne? Ne. Doof. Das ist wieder kein Humpen. Das ist ja frech hier. Dann, ähm. Was haben wir noch? Humpen, Soft-Eis und Wein. Soft-Eis-Wein. Ähm. Da ist der Wein. Humpen. Und ein Soft-Eis. Humpen und ein Soft-Eis. Und die Wassermelone. Ach nein. Die ist aber draußen am Fenster. Soft-Eis ist nett. Das war hier der Smoothie, oder? Das ist ein Smoothie hier. Soft-Eis ist bestimmt in dieser Waffel drin. Obwohl, naja. Man durfte ja das. Das ist Soft-Eis. Ah. Ja. Okay. Also fehlt uns nur noch der Humpen. Genau. Der Humpen. Der ist, äh. Den hab ich so schnell entdeckt. Ja? Ja. Na dann zeig ihn mir demnächst. Ne, den sollst du selber. Okay. Hm. Ja. So, da fehlt uns hier noch ein Gegenstand. Und? Ja. Und zwar der... Die Batterie? Der Schuh? Oder der Biensel? Das könnte nicht so schwer sein. Eigentlich ja nicht. Wir müssen noch irgendwas finden. Die Schuhe hätten wir da auch gefunden normalerweise. Und wir sind ja immer irgendwie was gefunden. Na eben. So doof waren wir noch nie. Na eben. Na eben. Was? Das Akkordeon hab ich selbst schon gefunden. Na das suchen wir. Ne, das hatte ich schon mal gesehen. Achso. Hm. Eine Batterie. Die Batterie ist natürlich ganz einfach. Wasser. So doof endlich. Ja, das ist schon wieder... Nö. 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 Hier ist bloß der Feuerlöscher. Nö. 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 warst du, weil du es so lange gebraucht hast. Bin ich gut. Er hatte bloß eine Minute Zeit. Er hat ja damals acht Stunden Zeit oder so. Ja. Jetzt hast du ja wieder so gestrichen. Ja, da wirst du ja, was wieder rauskommt. Das ist doch... Ein Kinderzimmer. Also getarnt. So, dann spiele ich hier mal. Das Schlafzimmer. Ja, dann spiele ich jetzt ein Spielchen. Kannst du mal die labern? Da ist die Wolle, genau. Das Tischtennis. Ein Topflappen. Weißt du, du bist immer so ein Hacky. Bleib doch mal ganz locker. Du brauchst die Sonne. Hallo, hol die Sonne und das Eichhorn hier. Mensch, jetzt mach doch mal. Äh, so, da ist ein Ei. Dann haben wir hier ein Ei. Hier haben wir ein Ei. Ein Trennmesser. Habe ich aber auch schon mal gesehen. Wo ist das Trennmesser? Das ist ein Messer. Ach, eine Schere. Naja, die Lackenwickler. Machst du jetzt nicht mehr mit, oder? Hallo? Naja, das... Der Kleiderbügel. Ja, habe ich so gerade gesehen, wo du mich hier... Kurz bevor du mich hier unter Stress gesetzt hast. Da war nämlich hier. Da ist die Sonne. Da brauche ich jetzt noch den Koch. Wo ist denn der Koch hier? Der Koch ist wirklich... Nee, der steht hier unten. Samoa. Was war denn Samoa? Nein, du bist munter. Du schaust dir auf dem Bildschirm. Was sehe ich da? Äh, wo ist Samoa? Fußball? Hier. Pass. Ein Korden. Ein Hefter. 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 You Hefner? Ja. Sag mir noch mal, was ein Samoa ist. Das, äh... Tee-Dings. Von den Türken da. Das hier. Nicht. Nee. Wo steht denn hier ein Samoa? Weiß ich doch noch nie. Das gibt es ja wahrscheinlich nicht. Die verarschen ja uns bloß. Eine Münzrolle... Eine Münzrolle... ...dürfte man ja auch nicht so schwer erklären. Das Habern kannst du ja auch mal endlich nehmen. Wo ist das? Was die ganze Zeit hier auf dem Kissen liegt. Ach, das habe ich doch nicht gesehen. Mann, Mann, Mann. Da habe ich mich noch gar nicht so drauf konzentriert. Nur mit Amateuren zu tun hier. Ja. Hefter und ein Trennmesser. Oh, jetzt redest du schon wieder der Pianist durch. Ja. Da ist die Münzrolle. Den Pfeil finde ich ja grundsätzlich nie. Der ist aber hier. Siehst du? Ähm... Nice Tee. Der steht doch hier hinten. Nimmst du ihn nicht. Ach so. Der steht die ganze Zeit dort. Ich sag, das war die Blumenvase. Hefter und Trennmesser. Ne, Hefter hatten wir doch auch schon mal gesehen. Ne, ein Trennmesser auf jeden Fall. Hefter, Trennmesser. Ja. So. Wieder drei. Ja, ja. Hefter, Trennmesser und Samoa. Ach so. Na ja. Ach. Ist das schön. Diamant. Diamant. Mehl. Mehl. Ach so. Fesselballon. Fesselballon brauchen wir. Der Fesselballon. Sie hieß früher mal Heißluftballon, liebe Kinder. Oder Tesselballon, glaube ich. Könnte man es ausnehmen, aber ein Fesselballon ist, glaube ich. Du musst erst mal das Ei mit. Ja. Was brauchen wir noch? Den Eiffelturm auf jeden Fall. Den habe ich da vorhin. Das Ei. Der Eiffelturm ist hier oben. Ähm, eine Schnee-Samm-Blume. Kannst du auch mitnehmen. Wo ist denn mein Stift? Den habe ich nicht. Doch. Die habe ich doch nicht. Äh. Ja. Ja. Da ist der Frosch. Da die Kuh fehlt. Ich habe mein Stift. Da ist das Trennmesser. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ach, die Perle. Die hat man. Die Perle hat man schon. Das hat man zum Beispiel gesucht. Ist das nicht? Nee. Das nennt man Kirsche. Das ist nur ein Ei. Der Eichel brauchen wir noch. Herbstlaub. Glas und Fingerhut. Schnurrer. Alles brauchen wir. Wir brauchen einfach alles. Ich kann ja mal alles anklicken. Ja, genau. Und selbst da werden wir noch mal ein Schuss übersehen. Natürlich. Hier ist die Perle. Ähm. Was brauchen wir jetzt noch? Die Kuh. Ach, die Kuh. Die ist doch hier. Nimm sie doch endlich. Ach, das ist ja die nirische Kuh. Und den Fesselballon. Der ist doch auch total offensichtlich. Ja. Na? Finde ich auch. Der ist riesengroß auf diesem Bild. Der Fesselballon. Ja. Wie das Glas. Ja. Noch viel größer. Der Fingerhut ist auch ganz offensichtlich. Ja? Ja. Natürlich. Das ist natürlich schön. Ja. Ich hab'n. Ja. Ja. Na? Dann nimm mal deine Arme hier weg. Okay. Ich brauch'n Platz, um mich hier zu entfalten. Ja, ja. Um dich gehen zu lassen. Das Herbstlau. Wo man das Kamel, was hier steht, hätt's da auch schon längst nehmen können. Ach so. Aber nee. Na, ich wusste doch nicht, dass wir das suchen. Hm. Einen Seil brauchen wir aber nicht. Einen Schnuller brauchen wir aber. Ja, hier ist ein... Und ein Fesselballon. Vor allem. Ne, der so riesig ist. Ja, der ist groß auf dem Bild. Ja. Hast du hier eine Ahnung, Gott? Na, da ist er doch. Das? Ja. Nee. Die. Äh... Ich sehe doch gar nicht mehr. Du musst mal die Augen öffnen. Stimmt. Scheiße. Scheiße. Ja, hier ist der Phänomhut. Und da fehlen uns jetzt noch eins. Eins, oder? Schnuller. Na, ja, wüsste. Schnuller und der Fesselballon. Ach, der Fesselballon. Mensch, ich sehe dieses Abstreichen. Ich sehe das nicht. Der Schnuller. Den Schnuller hatten wir doch schon mal gesehen. Früher. Damals. Ja.